Wir sind aber kleiner, da müssen wir aufpassen. Ja. Die verstehen wir leider. Hoffentlich. Hey Markus, da mit dem Baustabien, dann bin ich hier einig aufgehoben am Rauber. Ja, aber wer wird sich denn darüber verschließen? Rüber kann man... Hier ist eine Fettbeutgeschichte. Man kann sich nicht aufhalten. Ja, kann man. Boykottieren kann man das. Boykottieren. Überhaupt keine Frage. Wie mit allem, ob das damals Video-Horse kam oder DVD, das war alles schweinefeuer. So, wenn wir jetzt in den Bereich kommen, wo das echt bezahlbar ist...